hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fortneut kann ich das ding denn eigentlich versetzen dann bleibt sollte wir fangen hier mit bauern dürften ja alles haben ist ja nicht so als ob ich das ding nicht schon mal gebaut hätte aber diesmal bleibt es halt so wie es ist das sind 27 schritte das sollten wir in einer folge hinbekommen wir ja schon mal schafft so die los die las dann können die vielleicht heute noch mal umziehen die können ja von hinten ruhig in ihr bettchen gehen und hier unten keine ahnung kontakt im verkaufsstand hin aber was verkaufe ich hier gute frage nervt ding okay ja staunen du nur dämliches pelzvieh lacht du nur heißt es ja dirin na Ah, doch hier. Ah. Äh. Wohin? Wohin damit? Okay. Na? Okay. Das Blindmachen ist... Okay, nu? Das geht hier noch von unten. Und irgendwie komisch. Nee, komm. Wir gehen jetzt raus. Geht's ja nicht. Dann seht ihr ja gar nicht, was gebaut wird. Ah. Schon besser. Nein, nicht da. Doch da. Dilum, 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 dilum. Da hin. Und da hin. Sehr gut. Und dann können die gleich wieder hier her umziehen. So war der Plan. Aber, gebe ich denen dann nochmal große Betten? Ähm. Ja, die können ja hier gegenüber schlafen. Gibt's wieder keinen Grund, warum nicht? Ja, da hin. Okay. So. Wo sind wir? bei 324. Hm? Äh. Ja, ja, noch die zwei Deckel, ne? Perfekt. Abgeschlossen, in sieben Minuten. Immerhin. So, Leute. Er zieht wieder um. Oh, meine Spitzhacke. Oh, schwierig. Äh, warte. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs normale Betten und ein Wookiee-Bett. Ja, ihr zieht hier nach oben. Unten kommt noch ein Verkäuferin. Muss mal gucken, wie ich das mache. Also, sechs normale Betten. Okay. Bitten. Da. Hm. Ist jetzt ein von der Wand weg, ne? Eins. Zwei. Jetzt habe ich aber dann kein Bett, ne? Drei. Ja. Ja. Die anderen gegenüber. Hm. Steht. So, ne? Oder da. Da, ne? Ähm. Ja. Es ist noch weniger Platz, Leute. Tut mir leid. Und der Wookiee, der ist so laut. Schläft der hier? Aber die schnarchen ja alle. Ist egal. Weg. Wookiee kommt hier ans Ende. Ein bisschen Platz. So. Okay. Das ist das Bett von... Zuweisen. Ich bin dann verhungern. Ähm. Warte mal. Die stehen so einen von der Wand weg. Da nicht, ne? Aber... Mö, 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 mö. Ne, ich mach die nochmal weg. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die beiden Droiden. Die schlafen hinten. Denen egal. So, die beiden Droiden. Zack, 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 zack. Ah, Captain und... So, die wollte ich ja eh nochmal abbauen, ne? Die mussten einen nach hinten. So. An die Wand halt. Okay, das ist schon besser. Guck mal, jetzt haben wir hier schön Platz. Was sagte ich? Die beiden Droiden nach hinten. Ja, ich bin mir sicher. Droide, Droide. Dann die beiden Mädchen. Das heißt, hier kommt Captain Bravara hin. Und vorne... Ne, die Mädchen schlafen vorne. Jetzt gerade so beschlossen. So, der Captain kommt da hin. Jops. Und hier kommt... Sehen. Ne, und dann haben wir hier noch... ...unser Musikant und unser Koch. Super. Perfekt. Was haben wir hier noch drinne? Ja, ein Haufen Zeugs. Das würde ich dann... Brauche ich jetzt hier noch einen Turm hin, ne? Ist noch Platz. Warte. Aber ich habe keine Sachen für einen Turm. Was kostet mich denn so ein Turm? 255 Sandstein? Ei, 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 ei. Das ist aber nicht wenig. Das andere... Warte. Ja. Ein Glas. Fehlt nur der Sandstein. Der Sandstein ist auch nicht das Thema. Das Thema Sand ist es nicht. wir haben hier 80 100 mache ich mal so viel wie geht ob das mal hierin 25 mehr geht ja nicht 255 sandstein die haben sie nicht mehr alle okay gut dann weiß ich ja was ich zwischen den folgen machen habe ich noch nie habe ich nicht was kostet mich denn beleuchtung beleuchtung in wandleuchte also blast wird breitkorb alles klärchen breitkorb war nein du warst kein breitkorb unten nein du bist kein breitkorb 50 und blastoide machen wir auch 50 so okay das ist ja so bescheiden dunkel hier drin boden leuchtet die hatte ich getestet die haben gar kein licht gegeben wurde das sind die dinger hier oder warte mal ich mach mal so dann sieht man was das ist kaum licht aber hier licht muss licht hin die staffel tischlampe staffel tischlampe wo warte oh die ist aber wenn das eine tischlampe ist alter das ist aber eine große tischlampe hier hin war ich noch ein hier hinten näher nicht was haben wir denn noch einfache lampe lösen park langweilig tätowin wandleuchte ja in rot oder in blau können wir die mal testen so ein dahin macht die überhaupt hell minimal okay da nehme ich die halt nicht so was haben wir hier groß ist die könnte man hier drüber platzieren ja aber wo genau hier ist das mittig ist es nicht geht aber auch gar nicht mittig oder geht er ein doch nee geht nicht mittig ist egal muss von draußen gucken jetzt licht drin immer mit einer fackel der weg ich muss gucken ähm helles anders okay 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 ich mache ja mehr lampen hin ne 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 ich nehme die dahin so hier noch eine mittig was natürlich nicht geht ach ist das doof warum geht das nicht das ding ist doch unten auch mittig mach ich halt so so nur okay hier ein lämpchen hin da ein lämpchen hin geht das so ja passt viel heller geht es aber jetzt nicht mehr hm dachte ich mir und dann passt sehr gut okay ja so gesehen ist es jetzt richtig hell da drin ne okay und habe ich denn noch 38 lampen könnte ich noch setzen ich das doch mal bin ich hier oft drin nö gut wo bin ich oft drin im lager natürlich habt ihr ihr licht ja die haben hier oben diese dinge naja naja ok kommt hier ins lagern noch licht So. Hier hinten noch eine. Über die Tür. Hier zwischen. Hier eine zum Aufgang. Ah, vielleicht mache ich dich. Ah, doch, doch, doch. Warte, ich glaube, ich mache dich. Hier so auf den Nupsi drauf. Dann ist der nämlich verschwunden. Einigermaßen verschwunden. Hier noch einen hier in die Ecke. Sehr, sehr schön. Gut. Oben. Ja. Es ja gleich. Nein. Ah, ah. so ich denke mal dass es hell genug ja 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 schon hell hier drin ist noch gar nix hell gut das machen wir aber ein andermal für heute bedanke ich mich fürs zuschauen habe ich dann noch 18 18 könnte ich noch machen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss